Salute, ich komme Cari. Wir müssen die Entstätigung bei der Firma EFG im Co-Bergallis. Ich möchte euch kurz ein paar Sachen zu unserem Spitzmeißel erzählen. Das Spitzmeißel zeichnet sich uns durch eine einzigartige Geometrie, mit den Abrundungen, wie ihr seht. Das heisst, wir erreichen durch den abrundigen, grässeren Abtrieb vom Material und verringern so ganz stark die Verklemmungsgefahr. Zusatzliche Produkte hervorzuhaben ist, dass das Material in einer Arbeitslänge verlängert worden ist und wieder gleich harte bis Arbeitsende haben. Das heisst, die Eisung kommt stumms, kein Problem. Der Trennjäger ist so spitzend mit nah, kein Problem. Zusatzlich haben wir den Kopf verändert. Der Kopf ist neu abgerundet. Das heisst, wir erreichen eine zentralere Einwirkung von der Schlagenergie vom Grad über die Eisung. Profitiert von unserem Preis-Leistungs-Verhältnis und kontaktiert mich. Der Kopf ist neu abgerundet. Der Kopf ist neu abgerundet. producing die Eisung.